Der Zugang zu den Vorschlägen... Herzlich willkommen, wir haben zur nächsten Folge von Mass Effect. Spüre das Ziel auf und halte mich über seine Position auf dem Laufenden. Um was für ein Ziel handelt es sich? Es sieht aus wie ich. Dann habe ich das Ziel gefunden. Nein, Glyph. Ich bin's nicht. Und jetzt los. Bis sofort. Komm mal. Das ist sie! Die andere Schifffahrt lebt doch! Erledigt sie! Ich brauche mehr Zeit, um die Kammer zu finden! Sie haben ihn! Shepard, gehen Sie auf die Plattform! Wir senken Sie von hier aus ab! Servus! 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 Wenn Sie jetzt in die Kammer gehen, können wir Sie rüberbringen! Zugriff auf Kammer T-91. Interessant. Hier steht diese Waffe war im Erstkontaktkrieg im Einsatz. Im Jahr 2157. Genau. Damals, als Menschen und Torianer noch nicht so gut miteinander auskamen. Verstand! Der Waffenwagen wurde für den Verschuss nicht hochgeladen. Commander, Ihr anderes Ich ist 200 Meter vor uns und sucht etwas. Verstanden! So merkwürdig dieser Zyklus auch sein mag. Ein Kampf gegen den eigenen Klon ist selbst hier ungewöhnlich. Was ist das? Wer noch ein Waffenwagen befindet? Wie eine Sparika hat! Ist das der Klon? Es sieht so aus, als könnten wir sie über die Röhren umgehen. Die Faco rückt vor. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wir haben Chippards Truppe umgestellt. Schippards sie haben uns festgenagelt. Wir brauchen eine Reizung! Sind sie unterwegs! Wir haben Schippards Truppe umgestellt! Eliminieren! Ich brauche mehr Zeit! Commander! Wir können sie nicht mehr lange zurückhalten. Komodo, bitte! Wir könnten wirklich ein wenig Hilfe brauchen! Los, ich gebe Deckung! Los! Das ist unfair! Wir sind auf einer Leiter! Hier ist Shepard! Wir brauchen... Was den Primitiven an Zielvermögen fehlt, machen sie durch Munitionsmenge wild. Mein... anderes Ich kann nicht weit weg sein. Weiter Druck machen, dann umzingeln wir sie! Bewegung! Jahr 2157 CE. Erstkontaktkrieg. Verhör der Turianer. Kammer T91. Sir, wir haben diesen Menschen hier bei der Belagerung von Shou-Chi gefangen genommen. Ein Mensch. Ich habe noch nie einen getroffen. Und ich habe noch nie einen Vogel getroffen. Er trug diese Waffe bei sich, Sir. Sehr primitiv. Erwartet deine Art etwa mit so etwas den Krieg zu gewinnen? Kugel ist Kugel. Ihr müsst noch sehr viel lernen. Und wenn wir die Erde erobert haben, will ich es euch mit Freuden beibringen. Hm. Okay. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geschichte hier lagert. Das muss Jahrtausende zurückreichen. Auch bezeichnet als Nickerchen. Ich bin froh, dass ich das alles verschlafen habe. Ich wüsste zu gerne, was mein... anderes... ich hier drin sucht. Ich bin froh. Aufnahme des Angriffs auf den Rad durch den kuganischen Overlord Kredak. Audio folgt. Ich habe genug gehört. Wenn die Kuganer sich nicht gegen die Rachnie gestillt, werdet ihr ihnen heute alle ausgeliefert. Ihr gebt uns... ...nicht was wir verdienen und schwingt uns somit dazu, es uns zu nehmen. Wir werden den Planeten Lucia niemals verlassen, so sehr die Asari auch weinen. Botschafter Kredak, Sie schaden Ihrer Sache mit diesem Gewaltausbruch. Falsch, Salarianer. Endlich ist unsere Sache stark genug. Die Verhandlung ist beendet. Ich habe die Erinnerung. Fehlfunktionen. 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 Fehlfunktionen entdeckt. Verständigen Sie bitte das Wartungspersonal. Hier ist Hammer! Feinde vorausschleppert! Aufmerksamkeit auf uns! Fehlfunktionen. Fehlfunktionen. Fehlṇa- und Schlepl Alexandra. Aufmerksamkeit. Ich finde es ja fast unfair, vielleicht sollte ich auch immer wieder in Ordnung schießen. Rechen Sie bitte nur für sich selbst, ich bin jetzt einmal eine Agentin. Machen Sie es einfach so wie Zeppert, überlassen Sie den anderen die Schwerarbeit. Du schiebte, Sony. Wäre es wohl möglich, dass Ihr Komiker auch mal was trefft? Oh, Herr Stamm! Ich glaube, wir haben alle erwischt. Das heißt, Sie haben das getan. Emma und Mako, weiter vorrücken. Jawohl. Ich glaube, bei denen geht es ja wohl so gut, dass sie mich hier einfach so bissen. Sie haben eine problemas. Ich glaube, es ist so weit. Das ist ein Schwerpunkt, oder? Jahr 2183 CE. Schlacht und die Citybank. Jemand muss diese Typen aufhalten. Langsam glaube ich, wir haben uns die falschen Kaffee ausgesucht. Achtung, zwielichtige, möchtige Erzähltener. Sagt bitte, dann akzeptieren wir eure Kapitulation. Und nicht an den Wegen, wir müssen uns nicht genügen. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Achtung, feindliche, bitte stellt alle feindlichen Handlungen ein. Sieht eine freie Seite im Datenaus. Aufsteuende, alle profitieren. Außer dem, der zum Schwerender Bank anhebt, alle alle in der Richtung. Oh nein. Aus, heim! Ich finde die Granaten. Ich fühle diese Schropfinde nicht. Deckung nehmen! Achtung! Hier entlang! Die Klage auf die Tragen! Notabredelung, ein Kleid. Fehlfunktion entdeckt. Verständigen Sie bitte, dass... Jahr 2183 CE. Schlacht und die Citybank. Jemand muss diese Typen aufhalten? Also nur ein Barsch. Wir haben uns die falsche Schöpfe ausgesucht. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Der Proteaner hingegen hat. Hm. Bro. Little s*** about all this dude. Auf dem Steg! Hier Team Melko. Wir haben sie im Visier. Hier Team Hammer. Wir leisten die Halsch-Unterstützung. Hier ist die Halsch-Greife-Schopper dran. Rammeln Sie sie in den Boden! Jetzt haben wir's geschafft. Gern geschehen, Team Melko. Bewego! Ich muss sagen, ich seh's gern, wenn Mechs explodieren. Ja, tot sind mir Maschinen am liebsten. Kommander, eine größere Gruppe Soldaten, die sich Razortrupp nennt, ist direkt vor uns. Sie will ihnen körperlichen Schaden zufüllen. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem der Elkhor entdeckt. Oh, ich seh's! Los, los, los! Hier Team Melko. Wir zeigen Team Hammer, wie's geht. Ihr Hammer! Das liegt nur daran, dass sie uns kopieren. Ihr Melko. Wenn wir das machen, wir ja gar nichts treffen. Hier spricht Team Porteana. Mein Bodycount ist höher als der von ihnen allen zusammen. Warum bestehen Sie in den Hauptsitzenden, die anganglich hättet Ihnen Sozialleistungen und ein großzügiger Brust? Und jeden Tag gesehen, ob wir ein Sabbatjahr auf einem Flügel überfahren. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, ob... Bitte sehen Sie davon ab, mich zu beschützen. Was? Nur für einen Fäger. Die Razortruppe sei getroffen. Bring mir's verhästern. Hör doch! Die Brust ist verfallen. Wer? Und, Esteban? Wie wir das jetzt mal anfängst, euch mal was treffen. Das größte Neskort, das ich hier sehe, ist Ihr Mondwerk, bis der Fäger. Ja, Achtung für Gottes! Achtung, feindliche Soldaten. Ihre Chance, diese Befragung, die Schöne liegt bei lediglich 0,04%. Ich krieg gleich Migräne wegen dieser Bogen. Er gehört mir! Nehmen Sie ihn an die Leine! Glück! Welche ihre Moral! Achtung, feindliche Soldaten. Ihre Verkaufung der Lebenserwartung beträgt 6,8,5,10 Sekunden. 14, 11, 12, 13, 12, Commander Shepard zessen sterben will. Die Schöne, die das Brümmelfeder werden wegen des Verlösen der Pferden kaufen. Mauern der Brümmelfeder werden der Fäger schütteln. Boah, Alter. Da hab ich gerade nirgendwo mehr sicher gefühlt. Sie will ihnen körperlichen Schaden zuführen. Außerdem habe ich in Kammer 347 B ein Paarungstot im Rehelfrohr entdeckt. Faszinierend! Ihr Team Mekko, wir zeigen Team Hammer, wie's geht! Ihr Hammer! Wir sind nur da, dass wir uns körpern! Ihr Mekko, wenn wir das testen, würden wir ja gar nichts testen! Das ist schon der erste Lippe. Achtung, feindliche Soldaten. Traum bestehen Sie darauf zu kämpfen. Die Allianz bietet Ihnen Sozialleistungen und ein großzügiges Ruhestandsverfahren. Mit 7 Jahren Dienst erhalten Sie ein Zerratjahr auf einem Knie, die Sie überwacht. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Bitte sehen Sie davon ab, mich zu beschießen. Ich sehe Schäcker! Los, los, los! Eine Truppe ist eingeprochen! Mein Geist verhändelt! Sieht aus, als ob diese Angst meint! Alter, diese... Also diese Schildtypen, das ist ja wahnsinnig. Die Ajax, dieser Körper, wie aufs Weg. Auf seiner Uzi... Sie werden körperlichen Schaden zufrieden. Außerdem habe ich in Km3-1040b einen Traumstod in der Helfer entdeckt. Faszinierend! Ihr Team Mekko, wir zeigen Team Hammer, wie's geht! Ihr Hammer! Das liegt nur daran, dass ihr uns tropieren! Ihr Mekko, wenn wir das testen, würden wir ja gar nichts treffen! Hier spricht Team Proteana. Mein Body-Count ist höher als der von Ihnen allen zusammen. Achtung, Feindler. Warum bestehen Sie darauf zu kämpfen? Die Allianz ist jetzt in den Sozialleistungen und ein großzügiger Geist. Nach sieben Jahren Dienst erhalten Sie einen Sabbatjahr auf einem Planeten überwacht. Ich helfe das, wo man eingefuckt. Ich helfe das, wo man eingefuckt. Haltung, so, die Sassmann. Ja, so ein Testebahn. Wie wäre es, wenn Sie zu einem Besseren um uns treffen? Alles, was ich hier sehe, ist die Mordung an der Wege. Klarer Punkt für Gottes. Achtung, Feindler, Feindler. Ihre Chance, diese Konfrontation zu gewinnen, ist es nicht so gut. Ich kriege gleich Migräne, dieser Dron. Er gehört mir. Nehmen Sie ihn ja alleine. Glück, ich schwäche Ihre Moral. Ihre verbleibende Lebenserwartung sind in der Zeit fünf Jahre alt. Zöck ihm die Peperoni, wir haben verbrannt. Guck mal, dass ich das nicht mehr. Ich gehe hierher, dass sie ihn des Verlusten sind. Trauer in der Krieg, dieser Verlusten sind in der Zeit fünf Jahre alt. Aber ein bisschen krass ist nicht weg. Das ist nicht weg. Ich fahre in der Tiefe, der eine Antone ist, was ich in der Zeit, 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 in der Zeit. Ich glaube, nächste Folge werden wir dann unsere Shepherds kriegen und somit auf Wiedersehen. Ich glaube, nächste Folge werden wir dann unsere Shepherds kriegen.